Achtung, ein wichtiger Hinweis. FITUF Media verwendet ausschließlich Zahlen von öffentlichen Institutionen. Alle Berichte stammen aus öffentlichen Quellen, Pressemitteilungen und Presseanfragen. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Und wer unseren Kanal und unsere Tätigkeit unterstützen möchte, findet alle Informationen in der Kanalbeschreibung auf YouTube oder Odyssee. Wir sagen herzlichen Dank hierzu im Voraus. Und noch ein kleiner Hinweis, schaut auch zu uns in den Telegram-Kanal, tauscht euch aus, informiert euch. Unsere Sendungen sowie Sondersendungen findet ihr auch auf der kostenfreien Plattform Odyssee. Ihr findet FITUF Media auch auf Facebook, auf die Live, da gibt es unsere Live-Übertragungen. Und wer mit uns direkt in Kontakt kommen möchte, der schickt uns eine E-Mail an free-truth-media-gmx.de. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei FITUF Media. Es ist Donnerstag, der 28. Juli und noch einmal wie gewohnt für euch. Alles rund um die Corona-Zahlen, Daten, Fakten und die neuesten Meldungen. Aber wie gewohnt als allererstes der Blick auf die Belegung der Intensivstationen. Heute am 28. Juli stand 12 Uhr aus dem DIVI-Intensivregister. Deutschlandweit 1.519 Personen an oder mit Covid-19 auf den Intensivstationen, die dort versorgt werden. Und noch ein kleiner Blick in die Länder, der Anteil der Covid-19-Patientinnen und Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Das stehen wir heute in Bayern bei 8,7 Prozent. In Baden-Württemberg bei 7,4 Prozent, in Thüringen bei 5,2 Prozent und in Sachsen bei 8,8 Prozent. Noch ein kleiner Hinweis, das sind die Personen, die an oder mit Covid-19 auf den Intensivstationen liegen. Ihr wisst, der Einlieferungsgrund kann ein ganz anderer sein. Kommt dann ein positiver PCR-Test obendrauf dazu, dann geht man beim DIVI in diese Zahlen mit ein. Und wir schauen noch, wie war es denn 2020 auf den Intensivstationen. Am 28. Juli 2020 waren deutschlandweit 20.179 Intensivbetten belegt. Und ein Jahr später, am 28. Juli 2021, waren es 19.218. Und heute, am 28. Juli 2022, sind es 18.026 Intensivbetten, die belegt sind. Hier ein Hinweis, das ist die Allgemeinbelegung. Da ist alles zusammengerechnet, das sind nicht nur die Personen, die an oder mit Covid-19 auf den Intensivstationen liegen und dort versorgt werden. Als ihr seht, wesentlich weniger Belegung als 2020. Zum gleichen Zeitpunkt noch die freien Betten im Überblick. Am 28. Juli 2020 waren deutschlandweit sage und schreibe 10.283 freie Intensivbetten zur Verfügung gestanden. Ein Jahr später, am 28. Juli 2021 sind es 3.433 und heute am 28. Juli 2022 sind deutschlandweit noch 2.731 freie Intensivbetten, die zur Verfügung stehen. Auch hier, wenn man es vergleicht, wesentlich weniger Belegung, aber auch wesentlich weniger Intensivbetten, die zur Verfügung stehen. Der Grund haben wir hier bei FITUF Media schon oft erklärt. Das war es mit den Zahlen für Donnerstag, den 28. Juli und wir schauen zusammen in die Meldungen. Ja, und da gibt es immer so Umfragen, sind die repräsentativ oder nicht, entscheidet selber. Zum ersten Mal seit Dezember letzten Jahres ist die Sorge der Deutschen vor dem Coronavirus wieder deutlich angestiegen. So ein Bericht auf BR24, nachdem die Corona-Angst der Menschen in den Monaten zuvor kontinuierlich schrumpfte, geben inzwischen wieder 27 Prozent der Bundesbürger Corona als einer ihrer drei größten Sorgen an. Das sind ganz 9 Prozentpunkte mehr als noch im Vormonat Juni. Damit gehört Covid-19 erstmals seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs wieder zu den vier größten Sorgenthemen in Deutschland. So das Ergebnis der monatlichen 27 Ländern durch geführten EPOS-Studie. What worries the world? Auf den ersten drei Plätzen in der Sorgenskala der Deutschen rangieren unverändert die Themen Inflation, Armut und soziale Ungleichheit und militärische Konflikte. Ja, so geht es wieder weiter im Mainstream. Und wenn dieses Thema doch mal publik werden würde, so in einem richtig großen Rahmen ARD 20.15 Uhr, das wäre doch mal was. Und wir sind ja schon zufrieden, dass genau dieses Thema mal beim BR erschienen ist. Corona-Hohe Inzidenzen sollten uns eher beruhigen, statt man immer beunruhigt von den Medien wird, was die hohen Inzidenzen betrifft und auch vom Herrn Lauterbach und Co. Denn die Infektionszahlen sind im Vergleich zum vergangenen Sommer hoch. Auch viele Pflegenden sind an SARS-CoV-2 erkrankt. Das führt zu akuten Endkässen auf den Normalstationen. Trotzdem beschreiben Intensivmediziner die Situation als stabil. Personalmangel, verschobene Operationen und gleichzeitig Virologen sowie Intensivmediziner, die hohe Infektionszahlen begrüßen. Wie passt das zusammen? In den vergangenen Tagen hatten sich die Hiobsbotschaften vor allem aus den oberfränkischen Krankenhäusern gehäuft. Ja, so hat das Bezirkskrankenhaus Bayreuth kurzfristig einen Aufnahmestopp für neue Patienten verhängt. Haben wir hier auch vermeldet bei Free Truth Media. Und am Klinikum Bamberg finden momentan nur noch unaufschiebbare Operationen statt. Auch die Sana Klinik in Hof steht sich oder sieht sich an ihrer Belastungsgrenze. Die München Klinik verfügt über vier kommunale Krankenhäuser in der Landeshauptstadt und damit über 3000 Betten. Und Dr. Alexander oder Dr. Axel Fischer, Entschuldigung, der Vorsitzende der Geschäftsführung erklärt, die Intensiv- und Notfallversorgung ist weitgehend sichergestellt. Aber es werden kapazitätsbedingt bereits wieder deutlich weniger verschiebbare Operationen durchgeführt als noch vor einigen Wochen. Hoher Krankheitsstand beim medizinischen Personal. Überall werden zwei Gründe für die aktuelle medizinische Versorgungslage angeführt. Die stark gestiegene Zahl von SARS-CoV-2-Infektionen und erkranktes Krankenhauspersonal. Und in manchen Kliniken fällt derzeit jeder zehnte Arzt oder Pfleger aus. Neben Erkältungen haben momentan besonders viele Mitarbeiter selbst mit einer Corona-Infektion zu kämpfen. Kleiner Hinweis, trotz der hohen Impfquote in den Krankenhäusern. Ja, manche sind zehn oder mehr Tage infektiös und fallen dann wegen der Infektionsschutzverordnung teilweise mehr als zwei Wochen aus. Entsprechen muss deshalb das Personal von den Normalstationen für die Notfall- und Intensivversorgung abgezogen werden. Das führt dann zu Verschiebungen und Ausfällen in der Grundversorgung. Personalmangel? Aus Corona nichts gelernt. Zehntausende unbesetzte Stellen in der Pflege. Auch vor Corona war die Situation schon sehr angespannt. Und während der Pandemie kündigten viele aufgrund der großen Belastung und schlechter Bezahlung. Und jetzt fehlt noch mehr Personal. Aus Sicht von Fischer von den Münchner Kliniken hat die Politik keine geeigneten Maßnahmen getroffen, um den desolaten Zustand in der Pflege abzustellen. Außer ein paar Prämien ist nicht viel passiert. Die Strukturen in den Krankenhäusern und in der Pflege wurden nicht reformiert. Man hat also aus Corona nichts gelernt. Und jetzt gehen wir mit einer weiteren verschärften Personalsituation in den dritten Corona-Winter. Zudem fehlten vielen Kliniken Einnahmen aus den OPs, die nicht stattfinden können. Außerdem kämpfe man mit gestiegenen Materialkosten. Gleichzeitig gäbe es keinen finanziellen Ausgleich vom Staat mehr. Und für 2023 sieht Fischer daher extremste Schwierigkeiten für die Daseinsvorsorge auf Deutschland zuzukommen. Ja, deutlich mehr, aber viel weniger schwere Covid-Fälle. Aktuell werden mehr als 160 Patienten in den vier kommunalen Krankenhäusern der Landeshauptstadt versorgt. Vor einem Jahr war diese Zahl einstellig. Auch im München-Universitätsklinikum rechts der Isar werden derzeit über 60 Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt. Fünf von ihnen benötigen eine intensivmedizinische Betreuung. Anästhesist und Stationsleiter Dr. Markus Heim erklärt, dass es derzeit, Achtung, ganz, ganz wichtig, kommt erst so ein bisschen weiter unten in den Text, keine Patienten gäbe, die wegen einer Corona-Infektion hier versorgt werden müssten. Vielmehr hätten sie eine andere schwere Erkrankung und zudem das Coronavirus und müssten deshalb isoliert werden. Was sagen wir? Die ganze Zeit hier bei Free Truth Media schaut immer, warum die Menschen auf die Intensivstation kommen. Kommt dann zufällig noch der positive PCR-Test obendrauf. Hier mal wieder bestätigt in dem Artikel. Und ja, auch die BKK hat Rekordwerte, nämlich Atemwegserkrankungen. Und der Hauptgrund sind die Atemwegserkrankungen. Corona spielt nur eine geringe Rolle. Woran das wohl liegt? Der Krankenstand unter den Beschäftigten BKK-Mitgliedern hat im ersten Halbjahr 2022 mit 5,7 Prozent einen neuen Rekordwert erreicht. Nie seien seit 2011 die Fehlzeiten auch nur annähernd. So hoch gewesen teilte der Dachverband der Betriebskrankenkassen BKK in Berlin mit. Ursächlich für den hohen Wert ist laut BKK vor allem der sprunghafte Anstieg der Fehlzeiten im Zusammenhang mit Atemwegserkrankungen. Allgemeine Atemwegserkrankungen waren im ersten Halbjahr mit 20,3 Prozent für mehr als jeden fünften Fehltag. Ursächlich Corona-Erkrankungen gerade einmal für 4,3 Prozent aller Arbeitsunfähigkeitstage pro Monat. Ja, jetzt rächt sich vielleicht das häufige Desinfizieren, Maske tragen, Abstand halten. Man weiß es nicht. Auf alle Fälle, das sind die Werte bei der BKK. Und während Deutschland für den Herbst noch plant, was dann für Maßnahmen durchgeführt werden, reagieren andere Länder schon in eine ganz andere Richtung. In Deutschland wenig bis gar nicht gemeldet im Mainstream. Natürlich hier bei Free Truth Media. Schauen wir auch über die Grenzen. Frankreich beendet Corona-Beschränkungen. Immer mehr Staaten in Europa fahren ihre Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus zurück. Österreich schafft die Isolationspflicht ab. In Frankreich sämtliche Maßnahmen und in Deutschland wird weiter über das Thema diskutiert. In Frankreich verabschiedete das Parlament ein Gesetz, welches das Ende sämtlicher Corona-Maßnahmen ab dem 1. August festschreibt. Die Möglichkeit obligatorischer Corona-Tests an den Landesgrenzen bleibt jedoch bestehen. Das ist die einzige Einschränkung. Noch in Österreich entfällt ebenfalls ab dem 1. August die Isolationspflicht für positiv auf das Coronavirus. Getestete haben wir hier vermeldet. Wenn sie sich nicht krank fühlen, dürfen Infizierte das Haus verlassen, wie Gesundheitsminister der Johannes Rauch von den Grünen auf einer Pressekonferenz bekannt gab. Allerdings müssen sie eine FFP2-Maske tragen, außer wenn sie im Freien sind und zu anderen Menschen einen Abstand von zwei Meter einhalten können. Auch Arbeiten mit positiven Tests ist demnach möglich in Österreich. Allerdings nur in Berufen, in denen eine Maske getragen werden kann. Die Regelung gelte bereits bei einem positiven Corona-Schnelltest. Wird dieser durch einen PCR-Test nicht bestätigt, fallen diese Regelungen wieder weg. Und wir schauen jetzt mal in diese Verordnung jetzt in Österreich rein. Denn da wird es sehr skurril, wie es dort läuft. 26. Juli auf OEAT-Verordnung bringt aus für Corona-Quarantäne. Die Corona-Virus-Quarantäne fällt, wie erwartet. Das geht aus einem Verordnungstext hervor, der am späteren Nachmittag der Öffentlichkeit präsentiert werden soll und der APA vorliegt. Wer sich nicht krank fühlt, kann diesem zufolge auch nach einem positiven Test das Haus verlassen, ist allerdings Verkehrsbeschränkungen unterworfen. Das bedeutet, dass eine FFP2-Maske getragen werden muss, außer man ist im Freien und in zwei Metern Abstand niemandem unterwegs. Betretungsverbote für diverse Orte gibt es in Österreich. Ferner werden in der Verordnung Betretungsverbote definiert. Das sind Krankenanstalten, ebenso wie Pflege- und Behinderten- und Kureinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Volksschulen und Horte. Allerdings dürfen Beschäftigte diese Orte, diese Arbeitsorte betreten, klarerweise mit Maske, wenn sie infiziert sind. Also überlegt euch mal, du bist ein Besucher, der infiziert ist, darfst nicht rein. Du bist ein Mitarbeiter, der infiziert ist, darfst aber dort rein. Nur mit der FFP2-Maske. Und ohnehin ist Arbeiten mit positiven Tests künftig konkret ab Inkrafttreten der Verordnung mit 1. August wieder möglich, wenn Maske angelegt ist. Das gilt allerdings nicht in Berufen, wo das Tragen einer Maske die Jobausübung de facto verunmöglicht, wie Logopäden und Musiker, auch witzig. Keine Beschränkungen gibt es, wenn am Arbeitsplatz nur aktuell infizierte Personen zusammentreffen. Doch auch hier gibt es eine Ausnahme. In vulnerablen Settings wie Krankenhäusern ist eine Maske zu tragen. Puh, das liest sich also unglaublich, oder? Keine Beschränkungen gibt es, wenn alle am Arbeitsplatz positiv sind. Dann dürfen auch die anderen Positiven arbeiten. Und bei vulnerablen Settings wie Krankenhäusern muss man eine Maske tragen. Aber bei anderen, ach ist das nicht verrückt, aber wartet ab, das wird noch verrückter. Ausnahmen für Risikogruppen. Für Risikogruppen soll künftig wieder eine Ausnahme bestehen. Sie müssen nicht am Arbeitsort tätig werden, wenn es keine geeignete Schutzeinrichtung dort gibt. Daheim ist auch für Infizierte keine Maske anzulegen, solange nur Personen desselben Haushalts anwesend sind. Das gilt auch für Privat-PKWs. Auch Besuche in öffentlichen Einrichtungen wie Gasthäusern oder Schwimmbädern bei positiven Tests, Achtung, sind mit Maske erlaubt. Und jetzt wird es noch skurril in Österreich. Die Maske darf aber nicht abgenommen werden, um Essen oder Getränke zu konsumieren. Also positiv getestet darfst du ins Restaurant, du darfst auch drinnen sitzen mit Maske, aber du darfst nicht essen und trinken. Ist doch unglaublich. Ja, zu beachten ist, dass die Verkehrsbeschränkungen nicht erst nach einem positiven PCR-Test laufen, sondern bereits nach einem Antigen-Test. Und wird dieser durch einen PCR-Test nicht bestätigt, fallen die Vorgaben. Ohnehin gelten die Verkehrsbeschränkungen maximal 10 Tage und nach 5 kann man sich frei testen. Vorausgesetzt, man hat sich überhaupt getestet. Das, so viel dazu. In Österreich sehr skurril, also da kann man auch wieder nur mit dem Kopf schütteln. Bald positiv ins Restaurant mit FFP2-Maske, aber Essen und Trinken ist dann dort verboten. Unglaublich. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Aktueller Lagebericht der Bundesnetzagentur. Stand 28. Juli, 13 Uhr. Ihr wisst, der Notfallplan, die Alarmstufe des Notfallplans Gas ist in Kraft. Die Lage ist angespannt. Eine weitere Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden. Die Gasversorgung in Deutschland ist momentan aber stabil. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit weiter gewährleistet. Die Gasflüsse aus der Nord Stream 1 liegen derzeit bei etwa 20 Prozent der Maximalleistung. Sollten die russischen Gaslieferungen über Nord Stream 1 weiterhin auf diesem niedrigen Niveau verharren, ist ein Speicherstand von 95 Prozent bis November kaum ohne zusätzlichen Maßnahmen erreichbar. Und von der Reduktion ist die Weitergabe von Gas an andere europäische Länder wie zum Beispiel Frankreich, Österreich und Tschechien betroffen. Bislang wird, Achtung, eingespeichert. Der Gesamtspeicherstand in Deutschland liegt bei 67,2 Prozent. Der Füllstand der Speichersreden beträgt 40,2 Prozent. Die Großhandelspreise sind infolge der erneuten Lieferreduzierung stark gestiegen und liegen weiterhin auf sehr hohem Niveau. Unternehmen und private Verbraucher müssen sich auf deutlich steigende Gaspreise einstellen. So viel auf dem Deckblatt. Das ist nichts Neues. Und jetzt schauen wir mal wieder auf unsere beliebte Seite. Zwei Füllstand der Speicher in Deutschland. Da wird wieder aufgezählt, wie es in den Vorjahren war, beziehungsweise wie sich das Ganze so verhält. Wenn wir die Kurve anschauen, denkt man sich, verhält sich wie immer. Und tatsächlich, die aktuellen Füllstände liegen zum Teil deutlich höher als im Jahr 2015, 2017, 2018 sowie 2021. Also auch hier wieder eigentlich alles im grünen Bereich. Ihr seht das selber. Könnt ihr auch bei der Bundesnetzagentur auf der Seite anschauen. Keine Panik. Anders wie das der Herr Habeck macht. Denn der hat heute eine Pressekonferenz gegeben. Bis zu 1.000 Euro mehr Belastung im Jahr. Die Bundesregierung für Gasumlage ab dem 1. Oktober. Ja, sie kommt. Die Bipper, der, oder der Bipperwinter, nicht die Bipperwinter. Es werden mehrere werden, laut Habeck. Aber erstmal kommt der Bipperwinter, der naht nicht nur, dass im Laufe des Jahres das Gas knapp zu werden droht. Warum auch immer, obwohl die Füllstände ja steigen. Ist es auch noch verdammt teuer. Viele Mieter und Häuslebesitzer hatten gehofft, zumindest bis ihre Verträge auslaufen, vor den massiven Preissteigerungen am Gasmarkt geschützt. Zu sein, doch falsch gedacht. Die Schocknachricht am Donnerstag, heute 28. Juli. Gaskunden müssen trotz laufender Verträge noch vor dem Winter mit zusätzlichen Kosten rechnen. Im Extremfall mit fast 1.000 Euro mehr im Jahr der Grund. Die Bundesregierung will ab dem 1. Oktober eine Umlage zur Entlastung der Gasimporteure in Kraft setzen. Sie trifft Haushalt- oder Industriekunden mit eigentlich langlaufenden Verträgen. Also diejenigen, die bisher dachten, sie wären noch etwas länger vor dem Teuerschock am Gasmarkt geschützt. Diese Maßnahme ist angesichts der angespannten Lage auf dem Gasmarkt notwendig, um die Gasversorgung auch im kommenden Winter aufrecht zu halten. Ohne sie wären Gasversorgungsunternehmen in der gesamten Lieferkette gefährdet, heißt es in einem Papier, das Bild vorliegt. Ja, die Rechtsverordnung soll in Kürze vom Bundeskabinett verabschiedet werden und voraussichtlich ab dem 1. Oktober 2022 greifen. Das könnte einen vierköpfigen Haushalt im Extremfall mit fast 1.000 Euro im Jahr zusätzlich belasten, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Kanzler Olaf Scholz hatte in der vergangenen Woche eine Erhöhung der Gaspreise nur um 2 Cent pro Kilowattstunde angedeutet und zusätzlichen Belastungen von jährlich 200 oder 300 Euro für eine vierköpfige Familie gesprochen. Aber der Wirtschaftsminister Robert Habeck hat am Donnerstag gesagt, heute in der Pressekonferenz, ja, wir rechnen damit, dass es zwischen 1,5 und 5 Cent pro Kilowattstunde sein wird, so der grüne Politiker, wenn der durchschnittliche Verbrauch bei 20.000 Kilowattstunden Gas pro Jahr liege und sei man demnach in einem mittleren dreistelligen Euro-Bereich. Man wisse nicht genau, wie hoch die Gasbeschaffungskosten im November und Dezember seien, aber die bittere Nachricht ist, es sind sicherlich einige hundert Euro pro Haushalt, so der Vizekanzler. Die Umlage soll eineinhalb Jahre, also bis Ende März 2024 gelten. Überlegt euch das nicht nur über den Winter, sondern komplett. Anderthalb Jahre bis Ende März 2024, so lang es laufen, bezahlt werden mit der Umlage die Extrakosten der Importeure, die sich für die kurzfristige teure Ersatzbeschaffung von russischem Gas aufbringen müssen, das trotz Verträgen nicht geliefert wird. Von diesen Kosten können unglaubliche 90 Prozent weitergegeben werden. Das Instrument der saldierten Preisanpassung ist ein durchaus scharfes Schwert, da es Auswirkungen auf alle Gaskunden hat, sowohl in der Industrie wie auch bei den privaten Verbraucherinnen und Verbrauchern, heißt es im Papier. Daher werde die Nutzung dieses Instruments an klar definierte Bedingungen geknüpft zeitlich befristet und in weiteren Schritten durch zusätzliche zielgenaue Entlastungsmaßnahmen flankiert. Etwa die Hälfte der Wohnungen in Deutschland wird mit Gas beheizt. Das ist wirklich wieder mal ein Knaller bis 2024. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wie die Gaspreise dann im Herbst auch ausschauen, ob das dann wirklich bei diesen 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde bleibt, wissen wir nicht. Wir haben hier natürlich auch beim Herrn Habeck heute nachgefragt. Wir wollten genaueres wissen, zum Beispiel, wie verhält sich das denn, wenn ich kein Kunde zum Beispiel von Uniper bin, wenn mein Gasanbieter zum Beispiel noch günstig einkauft oder eine günstigere Quelle auftut, kann ja auch sein oder hat Uniper hier ein Alleinstellungsmerkmal, weil die Pauschale für Gas gilt für jeden, also diese Gasumlage. Also viele Fragen, noch nichts beantwortet. Wir bleiben dran. Das erfahrt ihr im Telegram-Kanal bei Free Truth Media, wenn uns der Herr Habeck und sein Ministerium antwortet. Beim Herrn Lindner haben wir auch nachgefragt. Beim Herrn Scholz haben wir nachgefragt. Ich sage euch brisante Fragen. Wir sind gespannt, ob wir Antworten bekommen. Also unbedingt bei Free Truth Media in den Telegram-Kanal reinschauen. Und dann der Herr Zelensky will EU in der Energiekrise helfen. Zelensky hilft die EU. Ja, ihr habt wirklich richtig gelesen. Ich musste auch fünfmal drüber schauen. Und zwar mit Strom aus der Ukraine. Ja, bevor die Ukraine von Russland überfallen wurde, war sie auf Stromimporte aus Russland und Belarus angewiesen. Inzwischen produziert das Land mehr als genug Energie für den Eigenbedarf, weil die Industrie brach liegt. Präsident Zelensky kündigt an, Überschüsse an die EU weiterzuleiten. Ja, also der Krieg ist in der Ukraine nochmal für alle so zur Erinnerung. Aber die Industrie braucht da wenig Strom oder weniger Strom. Die Ukraine produziert aber viel Strom. Und deswegen gibt es ja das jetzt in die EU. Könnte man meinen, Mensch, es ist doch ein super Zug. Wenn die mehr Strom haben, als sie brauchen, können die ja der EU aushelfen. Ist ja dann auch kostenfrei. Denn im Gegenzug hat ja die EU und auch natürlich Deutschland schon viel Geld der Ukraine zur Verfügung gestellt. Aber es wird spannend in dem Artikel, denn genauso wird es nicht kommen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bietet der EU in der sich abzuzeichneten Energiekrise eine Unterstützung mit Strom aus seinem Land an. Wir bereiten uns auf die Erhöhung unseres Stromexports für die Verbraucher in der Europäischen Union vor, sagte der Staatschef in Kiew in seiner abendlichen Videobotschaft. Uns Export erlaubt es uns nicht nur, Achtung, Devisen einzunehmen, sondern auch unseren Partnern mit dem russischen Energiedruck zu widerstehen, erklärte er mit Blick auf die von Russland deutlich reduzierten Gaslieferungen. Gas wird auch zur Verstromung genutzt. Russlands Energie-Riese Gazprom hatte die Lieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wegen angeblicher technischer Probleme am Mittwoch erneut gesenkt. Diesmal auf 20 Prozent der maximalen Kapazität. Also er schickt es nicht einfach so in die EU als Wiedergutmachung oder als Dank für das, was die EU und die, ja, bleiben wir doch mal bei mir, was Deutschland für ihn getan hat. Nein, er verkauft es, damit er noch mehr Devisen einnimmt. Und schrittweise machen wir die Ukraine zu einem der Garanten der europäischen Energiesicherheit eben über unsere inländische Elektronen, Elektroenergieproduktion, Entschuldigung. So Selensky, vor Russlands Einmarsch Ende Februar hatte die Ukraine ihren Energiebedarf zu 50 Prozent aus Atomstrom gedeckt. Das Land war zudem auf Stromimporte aus Russland und Belarus angewiesen. Jetzt werde ein Großteil der Energie nicht gebraucht, da wegen des Krieges die Produktion stillstehe, erläutert Selensky. Allerdings hatten die russischen Truppen zuletzt auch das größte Atomkraftwerk in Enerhoda. Enerhoda, ich weiß nicht, wie man es auch spricht, mein ukrainisch ist nach so gut. Ein Wasserwerk am Fluss Dnipro und mindestens zwei Kohlekraftwerke eingenommen. Wir werden unser ganzes Land mit militärischen, diplomatischen und allen anderen zugänglichen Instrumenten befreien, sagt Selensky weiter in seinem Video. Mit Blick auf die von ukrainischen Streitkräften bombardierte Brücke über den Fluss Dnipro im südlichen Gebiet Tscherson versprach der Staatschef, dass nach der Rückeroberung alles wieder aufgebaut werde. Und zum Thema Aufbau kommen wir dann auch noch in dem Artikel heute. Also ihr seht, so großzügig ist der Herr Selensky für die Wiesenmachter doch ziemlich viel. Ja und dann 15.10 Uhr festhalten, es wird bitter. Gestern 28.07.15 Uhr 10 der Ticker bei MTV. Volle Kasse dank Kriegsgewinne. Ölpreise bescheren Energiekonzernen Rekordgewinne. Die infolge des Ukraine-Kriegs und dem Ende der Corona-Beschränkungen gestiegenen Ölpreise bescheren den Energiekonzernen Milliarden Gewinne. Nochmal die infolge des Ukraine-Kriegs und dem Ende der Corona-Beschränkungen gestiegenen Ölpreise. Ich frage mich, was haben Corona-Beschränkungen mit dem Ölpreis zu tun? Ich weiß es nicht, wir werden mal nachfragen. Shell, Repsol und Total Energies legen Rekordgewinne vor und können die Vorjahreswerte um ein Vielfaches steigern. Bei Total etwa, da steigt der Gewinn im zweiten Quartal trotz einer Abschreibung auf einen Anteil an einem russischen Gasproduzenten um 158% auf 5,7 Milliarden Dollar. Vor einem Jahr waren es 2,2 Milliarden. Bereinigt um Sondereffekte klärt er das Ergebnis auf den Rekordwert von 9,8 Milliarden Dollar. Shell fährt einen bereinigten Gewinn von 11,5 Milliarden Dollar ein. Das ist mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor und unter dem Strich verdient das Unternehmen 18 Milliarden Dollar und verfünffacht damit den Vorjahreswert. Diese Meldung muss man sich erstmal wirklich, das muss man mal sacken lassen, wenn man ganz ehrlich ist und an die Tankstellen schaut. Und dann war doch da irgendwas, na klar, der Rabatt, der Tankrabatt und meine Frage, war der Rabatt wirklich für die Bürger oder war er für diese ganzen Firmen wie Shell und so weiter und haben die sich da die Taschen nochmal doppelt so voll gemacht. Lindner gegen Tankrabattverlängerung. Also wer glaubt, dass die Regierung jetzt sagt, komm, wir machen das weiter so, damit der Bürger da noch entlastet wird, wenn alles andere schon teuer wird. Nein, weit gefehlt. Der Finanzminister Lindner hat nach den ersten Wochen des Tankrabatts und des 9-Euro-Tickets, Achtung, eine positive Bilanz gezogen. Derzeit ist Tanken günstiger als in den meisten Nachbarländern und Lindner sprach sich aber gegen eine Verlängerung des Tankrabatts aus. Bundesfinanzminister Christian Lindner ist gegen eine Fortsetzung von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket. Er dämpfte die Erwartungen, dass es im September Anschluss Regelungen geben könnte. Wir können nicht auf Dauer gestiegene Preise für das importierte Öl, die Entwicklung des Dollars und die Knappheiten bei Raffinerien mit Staatsgeldausgleichen, sagte Lindner. Moment nochmal, ich muss nochmal, Leute, wie war das gerade im Ticker? Ölpreise bescheren Energiekonzern Rekordgewinne. Und dann kommt der Herr Lindner mit solchen Aussagen, gleichwohl sogar eine positive Bilanz der beiden Entlastungsmaßnahmen. Das Preisniveau an der Zapfsäule ist in den letzten Wochen deutlich gesunken und die Entwicklung ist besser als im Ausland. Und für Pendlerinnen und Autofahrer ist die Entlastung spürbar, sagte der FDP-Chef da dazu. Könnt ihr ja mal in die Kommentare heute reinschreiben, ob ihr das wirklich gespürt habt. Und Sprit derzeit in vielen Nachbarländern teurer Benzin und Dieselwaren an Zapfsäulen in Deutschland wegen des Tankrabatts zuletzt günstiger oder, Achtung, ähnlich teuer. Wie in den meisten direkten Nachbarstaaten, Autofahrerinnen und Fahrer zahlten am 20. Juni im Tagesschnitt 1,97 Euro für einen Liter Super E5, sowie 2,06 Euro für einen Liter Diesel, wie das Statistische Bundesamt am Morgen mithalte. Billiger war ein Liter Super Benzin der Sorte E5 bzw. Euro Super 95 an diesem Tag nur in Polen. Tschechien, Luxemburg, auch Diesel war in Polen 1,69 Euro, Tschechien 1,93 Euro und Luxemburg 2 Euro, günstiger zu haben als in Deutschland. Ein Grund für die verhältnismäßig geringeren Preise in Deutschland dürfte die vorübergehende Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe zum 1. Juni der sogenannte Tankrabatts sein, schrieben die Statistiker. Dabei wurden die Sätze für Benzin um 29,55 Cent pro Liter, die Sätze für Diesel um 14,04 Cent pro Liter gesenkt, befristet auf eben drei Monate. Nach dem 30. Mai war Super Benzin in den U-Nachbarstaaten nur in Dänemark und den Niederlanden teurer als in Deutschland, Diesel nur in Dänemark, so die Behörde. Und jetzt kommt dann noch eine gute Aussage vom Herrn Lindner, weiß man auch mal wieder, wo man als Bürger steht. Die befristete Steuersenkung leiste Lindner zufolge zudem einem Beitrag, dass der Staat keine Inflationsgewinner werde. Auf Sprit erheben wir Energie- und Mehrwertsteuer. Angesichts des gestiegenen Weltmarktpreises würden die Einnahmen des Staates in diesem Jahr steigen. Deshalb haben wir drei Monate die Energiesteuer gesenkt, um die Auto-Zahler etwas von dem zurückzugeben, was sie sonst mehr an den Staat zahlen würden, sagt Lindner. Autofahrer dürfen nicht unverhältnismäßig belastet werden. Ablehnend äußert er sich zu Forderungen, dass es für Tankrabatt und 9-Euro-Ticket im September Anschlussregeln geben sollte. Mit dem 9-Euro-Ticket sei auch die wichtige Wirkung des Preissignals aufgehoben worden. Schritte in Richtung des kostenfreien ÖPNV sind kritisch. Achtung, jetzt kommt die Aussage, weil Knappheiten dann nicht über den Preis gesteuert werden können. Es bestehe die Gefahr, dass ohne Preise Kapazitäten unnötig und übermäßig genutzt würden. Denkt mal drüber nach. Zuletzt hat es eine Debatte um die Frage gegeben, ob der Mineralölhandel die befristete Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoff entsprechend an den Endkunden weitergibt. Führende deutsche Volkswirte haben die Politik angesichts wachsender konjunktureller Sorgen zu einer gezielteren Unterstützung bedürftiger Haushalte aufgefordert. Der Tankrabatt sei gescheitert und schon im Ansatz falsch gewesen. Es wurde versucht, fossile Energieträger noch zu vergünstigen mit mäßigem Erfolg. Man muss dabei, man muss das bei denjenigen abfedern, die diese Härten nicht tragen können, sagt dir wirtschaftsweise die Wirtschaftsweisin Veronika Grimm in einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Auch Marc Schattenberg, Volkswirk bei der Deutschen Bank Research und Katharina Uttermüll von der Allianz Gruppe forderten einen stärkeren Fokus für staatliche Hilfen. Die Unterstützung für die Bedürftigen Haushalte können noch gezielter ausfallen als zuletzt, sagte Schattenberg. Ja, der Herr Lindner. Und dann kommen wir zu denen zum Sektchen nach Kiew. Sektfoto aus dem Krieg. Urteilt selber darüber, wie ihr das findet, denn Nancy Faeser und Hubertus Heil sind nach Kiew gereist, um sich ein Bild von den Gräueln des russischen Angriffskriegs zu machen. Doch die beiden Minister hatten auch einen Moment lang ziemlich gute Laune. Beim Blick auf dieses Foto aus der russischen Angriffskrieg, aus der von dem russischen Angriffskrieg erschütterten Ukraine, reibt man sich die Augen. Moment, ich hole es euch nochmal her. Könnt ihr euch kurz die Augen reiben. Also Kriegsgebiet Kiew, Sektchen auf dem Balkon mit Klitschko. Gibt es was zu feiern? Wurde das besetzte Tscherson befreit? Haben wir den Sieg der Ukraine über den russischen Aggressor verpasst? Mitnichten trotzdem posiert da eine strahlende deutsche Innenministerin Nancy Faeser mit einem Sektglas in der Hand, umgeben von Arbeitsminister Hubertus Heil, der deutschen Botschafterin in der Ukraine, Anke Feldhusen, sowie dem Kiewer Bürgermeister Widerli Klitschko. Auf einem Balkon der Residenz der Botschafterin. Ja, die vier sind offenbar bestens gelaunt. Ja, ist es kleinlich, sich wie Twitter-Nutzer unter Kriegstourismus darüber zu echauffieren, dass ein paar Politiker mit Sekt anstoßen, während dem Ukraine-Krieg jeden Tag zahllose Zivilisten und Soldaten sterben? Die Ausgelassenheit ist angesichts der Umstände, dass die russische Armee Odessa ins Visier nimmt und der Kreml-Außenminister Lavrov gerade erst gesagt hat, es gehe darum, die ukrainische Regierung zu verjagen, durchaus makaber. Einen Eindruck von den Geschehnissen machen, das ist die Überschrift der CSU-Generalsekretär der Mario Czaja, twitterte, was von einer Zeitenwende übrig bleibt. Mit Champagner in der Hand, einen Logenplatz ergattern, Sinnbild für die SPD-Riege der Scholz-Regierung. Bilder haben Wirkung und die Wirkung dieses Bildes spricht Wände. Ein Nutzer wundert sich, dass die deutsche Politik das Land auf harte Zeiten einschwört. Und das finde ich dieser Party-Laune in Kiew mitten im Krieg etwas verstörend. Ja, es gibt von Nancy Faes und Huberto Seil auch andere Bilder des Ukraine-Besuchs. Kommen wir gleich dazu, etwa wie sie in schusssichere Weste und mit Betreternermine durch den Kiewer vor Ort Irpin gehen, wo alleine die russische Armee hunderte Zivilisten ermordete. Mit dem CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet wurde im vergangenen Jahr ein Bild zum Verhängnis, das einen Augenblick beim Besuch der Flutopfer im Erftgebiet festhielt, indem er sich über die Bemerkung eines Kollegen amüsierte, den fatalen Eindruck vermochte, der Politiker mit keiner noch so ehrlich gemeinten Entschuldigung wettzumachen. Zu Nancy Faesers Besuch in Kiew teilte ihr Ministerium mit, es sei ihr darum gegangen, sich vor Ort einen Eindruck von den Geschehnissen zu machen. Und dann kommt dieses Foto, auch vom Besuch, als sie da unterwegs waren. Und ich zitiere mal die Frau Faeser sinngemäß, nimmt sie mich nicht ganz beiwörtlich, aber so sinngemäß hat sie gesagt, achten sie darauf, mit wem sie auf der Straße laufen und gegen den Staat demonstrieren. Also so viel wie, schau ja, dass du nicht mit Rechtsradikalen unterwegs bist. Und dann kommt die Frau Faeser und steht mit einer Dame hier in der Ukraine, Black Rifles Matter, scharfe Kritik an Nancy Faeser. Das Logo verhöhnt die Bewegung Black Lives Matter und ist bei Rechtsextremen beliebt. Linken Politikerinnen im Krieg ist es offenbar egal, mit wem man zusammenarbeitet. Ein Bericht in der Berliner Zeitung, eine Reportage der ARD über den Staatsbesuch der Bundesinnenministerin Nancy Faeser. SPD und ihren Genossen und Arbeitsminister Hubertus Heil in der Ukraine ist mit einem Foto bebildert, das eine ultra-rechte Symbolik enthält. In digitalen Netzwerken und aus der hessischen Linkspartei kommt jetzt Kritik. Faeser und Heil, so der Bericht, waren Anfang dieser Woche zum Besuch in Irpin, einem vor Ort der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Wir wissen nicht, ob es vor oder nach dem Sekt war. Und dort ließen sie sich über die Schäden unterrichten, die der Krieg bislang an Wohnhäusern angerichtet hat. 70 Prozent der Häuser seien beschädigt, viele sogar vollständig zerstört. Was die Frau selbst mit dem T-Shirt sagen will, verrät sie nicht. Außerdem sei es in den Gesprächen mit dem Bürgermeister von Irpin oder der stellvertretenden Innenministerin des Landes vor allem um das Thema, Achtung, Wiederaufbau gegangen und darum, was die Ukraine dafür von der Bundesrepublik brauche. Doch was nun in den digitalen Medien für Empörung sorgt, ist das Bild, mit dem der Bericht des ARD-Korrespondenten veröffentlicht wurde. Darauf steht Faeser und Heil in Schutzwesten, zwischen ihnen zwei Personen. Und Achtung, sie tragen keine Schutzwesten, sondern T-Shirts. Und bei einer der beiden Personen soll es sich den Metadaten des Fotos zufolge um die Leiterin des Stadtrats von Irpin handeln. Auch schon wieder so krass, ne? Also die zwei stehen mit schutzsicherer Weste da und die anderen beiden einfach im T-Shirt. Sollte man sich auch mal Gedanken machen. Aber es geht eben um den Aufdruck von dem T-Shirt. Die blonde Frau trägt ein olivgrünes Shirt. In der Mitte ist ein kreisrundes Logo zu erkennen. Und darin befindet sich das Abbild eines Gewehrs. Auch der Schriftzug, der um die Waffe herum gedruckt ist, ist zu erkennen. Black Rifles Matter steht da in weißen Buchstaben. Schwarze Gewehre zählen. Sie selbst äußert sich offenbar zu dem Logo auf ihrem T-Shirt nicht. In der extremen Rechten und in Neonazi-Kreisen ist das T-Shirt mit dem Aufdruck Black Rifles Matter, in dessen Mitte ein Sturmgewehr zu sehen ist, sehr beliebt, sagt dazu der Vorsitzende der hessischen Landtagsfraktion der Linkspartei, der Jan Schalauske. Zu einem steht es für die Verhöhung der Bewegung Black Lives Matter, zum anderen symbolisiert es die Bereitschaft zur Gewaltausübung. Fässer positioniert sich bislang klar gegen rechts. Die Black Lives Matter Bewegung, die seit 2013 in den USA gegen Polizeigewalt und für die Rechten der schwarzen Menschen, POC und anderen marginalisierten Gruppen kämpft, würde durch solche Symbole missbraucht. Auch die Brandenburger linke Politikerin, die Andrea Jolige, äußert sich öffentlich kritisch. Zu dem Foto schrieb Jolige auf Twitter, es signalisiert im besten Fall, dass ihm Krieg egal ist, mit wem man zusammenarbeitet. Im schlechtesten Fall untergräbt es die Glaubwürdigkeit der Ministerin, die sich ja den Kampf gegen Rechtsextremismus auf die Fahnen geschrieben hat. Und Innenministerin Fässer hatte mit diesem Versprechen ihr Amt angetreten. Den klaren Kampf gegen den Rechtsextremismus in Deutschland. In ihrer Vergangenheit positionierte sie sich immer wieder klar gegen rechts. Achtung, verteidigte die Antifa und arbeitet an der Aufarbeitung des NSU-Komplexes mit. Drüber nachdenken? Die Frau Fässer. Ah, es wird noch skurriler heute. Ich kann es euch sagen. Nämlich, dass, äh, ja, es ist kein Spaß. Also neben Sekt im Kriegsgebiet gibt es auch noch ein Vogue-Shooting im Kriegsgebiet. Mitten im Krieg ein Vogue-Shooting. Vogue-Shooting. Selenskyj und seine Frau posieren in der Vogue. Inspirierend oder unangebracht. Der ukrainische Präsident und seine Frau haben mitten im Krieg für das Modemagazin eine Homestory gemacht. Die Bilder stammen von Starfotografin Anni Leibovitz. Kein Spaß. Könnt ihr nachschauen. Neue Vogue habe ich auch drauf geguckt auf die Seite. Unten haben wir mal zwei Fotos hier rausgenommen aus dieser ganzen Homestory. Moment, die kommt gleich. Die hole ich euch mal her. Sekunde. So weiter geht's. Also hier kommen so noch zwei Fotos aus der Homestory von Selenskyj mit seiner First Lady. So schaut das dann aus. Kriegsgebiet, Vogue-Shooting, Kopfschütteln. Oder? Was sagt ihr dazu? Ja und dann gibt's noch eine Liste und ihr glaubt nicht, wer auf dieser Liste steht. Ja. Die Ukraine setzt die Alles Schwarze auf die schwarze Liste. Die Ukraine hat prominente westliche Personen wegen der Verbreitung von Russland-Propaganda auf eine schwarze Liste gesetzt. Welche Folgen hat das? Welche Folgen das hat? Ist unklar. Falsche Meinung. Schwarze Liste für alle Schwarzer. Das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation beim Nationalen Sicherheitsrat der Ukraine hat eine Liste mit 75 Personen aus Politik, Wissenschaft, Medien und Militär veröffentlicht, die nach Ansicht der Regierung in Kiew Erzählungen fördern, die mit der russischen Propaganda übereinstimmen. Und die ukrainische Botschaft in Berlin bestätigte der Berliner Zeitung die Echtheit der Liste. Eine Sprecherin sagte, das Zentrum prüfe sehr sorgfältig, wer die Kriterien erfülle, um auf diese Liste zu gelangen. Das Zentrum ließ eine Anfrage zu Details zunächst unbeantwortet. Und prominenteste Vertreterin Deutschlands auf der Liste ist eben alle Schwarzer. Ihr wird laut dem Zentrum vorgeworfen, die russischen Narrative. Deutschland sollte auf die Waffenlieferung in die Ukraine verzichten und Zelensky provozierte Putin verbreitet zu haben. Und der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, der Rolf Mützenich, verstärke mit der Forderung, die Ukraine braucht einen Waffenstillstand, die russische Propaganda. Auch er steht deshalb auf der Liste. Mützenich wollte sich auf Anfrage der Berliner Zeitung nicht zu der Liste äußern. Weitere Deutsche auf der Liste sind der ostdeutsche Schriftsteller der Wolfgang Bittner, der NATO-Kritiker und IT-Gründer Kim.com, der Politikwissenschaftler und ehemalige Professor an der Universität der Bundeswehr Hamburg Christian Hake und Johannes Warwick Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Außerdem steht die Aktivistin Helga Zepp-LeRouge auf der Liste, die Lobbyarbeit für China betreibt und vor einigen Jahren durch antisemitische Aussagen auffällig war. Also, falsche Meinung, auch in Kiew, Meinungsfreiheit, Fragezeichen. Aber ihr wisst ja, so weit wie nach Kiew braucht man doch hierbei gar nicht zu gehen. Nur, dass es in Deutschland noch nie so eine schwarze Liste offiziell gegeben hat, aber die Ukraine haut das mal direkt raus. Also, alle Schwarzen auf der schwarzen Liste in der Ukraine. So, das war's mit den zusammengefassten Themen für heute, für Donnerstag, dem 28. Juli. So, ihr Lieben, und jetzt noch was in eigener Sache. Ja, am 15. September 2020 hat Free2Media sein erstes Video hochgeladen und seitdem sind wir mit vollem Einsatz dabei, euch mit Informationen zu versorgen. Ihr wisst, wir waren auch oft live unterwegs, Demos, Spaziergänge, Interviews etc. Und damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie funktioniert denn so ein Tag bei Free2Media, wie läuft der ab, möchte ich euch da mal kurz einen Einblick geben. Das fängt am Morgen an, 7 Uhr, fängt mal mit den Tickermeldungen an, guckt, was melden so die Nachrichtenagenturen. Dann liest man sich verschiedene Meldungen durch und dann fangen schon die ersten Pressekonferenzen an. Ihr wisst, ich bin da immer eisern mit dabei, ob das Bundestag ist, ob das Scholz, Habeck, Baerbock, wie sie auch alle heißen. Schau mir das auch an. Dann unter Tag liest man die weiteren Meldungen und dann kommt man so ein bisschen hin, welche Themen sind heute wichtig und dann versucht man natürlich auch diese Themen nachzurecherchieren. Verschiedene Meldungen, denn ihr wisst, als Journalisten hatten wir die Aufgabe natürlich oder auch die Verantwortung euch gegenüber, das zu zeigen, was man auch belegen kann, um Fake News zu vermeiden. Ihr wisst, wir gucken da immer sehr genau und es wird natürlich aufgrund der Fülle der Meldungen immer oder ist immer eine Herausforderung zu sagen, okay, was ist Fake, was kann ich nachlegen. Da kommt ein Bild zum Beispiel von dem Sekt, auch in Kiew. Da muss man dann schon zweimal hingucken und sagen, ist es eine Fotomontage, wie auch immer. Also man guckt nach, man recherchiert, dann hat man verschiedene Studien, ja, The Lancet oder England Journal Magazine, wie auch immer die alle heißen. Man liest sich die Studien durch, Maskenstudien, Impfstudien etc. guckt, was bringen die, liest sich das natürlich selber durch und wenn du kein Arzt bist, tust du dir bei den Studien echt wahnsinnig schwer. Und so irgendwann dann am 14, 15 Uhr sagt man, okay, jetzt habe ich diese Themen, die kann ich belegen, da habe ich die Fakten und dann nimmt man die Sendung auf. Das geht manchmal schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger, bis man die Sendung aufgenommen hat und dann, wenn sie, ja, durch ist, wenn man sagt, okay, so passt es, so kann ich dahinterstehen, dann lädt man die Sendung hoch und dann geht es weiter. Dann ist es nicht Feierabend, sondern dann guckt man auf eure Kommentare, denn es ist auch immer wichtig, euer Feedback zu lesen. Was sagt ihr dazu, was hat euch in der Sendung, welche Themen habt ihr besonders herausgenommen, was brennt euch gerade unter den Fingernägeln, dann schaut man natürlich noch den Telegram-Kanal, was bewegt sich da gerade nach der Sendung. Und dann schaut man, auch während des Tages schon, aber dann am Abend nochmal explizit auf die E-Mails. Ihr wisst, wir versuchen die immer zeitnah zu beantworten, denn der persönliche Kontakt ist mir wahnsinnig wichtig zu euch. Also ich lese eure Kommentare, ich schaue in den Telegram-Kanal und ich lese auch wirklich jede einzelne E-Mail aus. Wem besteht Feethoof Media? Das sind zwei Personen, ich mache das Vollzeit, meine Partnerin unterstützt mich, geht aber noch ganz normal arbeiten. Das heißt also, ich bin da eigentlich Vollzeit mit dabei, kriege noch die Unterstützung, wenn es die Zeit zulässt und das ist das Team von Feethoof Media. Wir haben keine Admins, die sich irgendwie um die Kanäle kümmern. Wir haben keinen oder keine Personen, die sich jetzt um E-Mails kümmern und das in meinem Namen an euch dann rausschicken und beantworten. Warum haben wir das nicht ganz einfach? Weil das Persönliche einfach im Vordergrund stehen muss. Es kann mir keiner das dann erzählen, was euch bewegt, sondern ich möchte es selber sehen. Ich möchte da selber dabei sein und ich möchte natürlich auch selber da involviert sein, um zu wissen, was bedeutet euch meine Arbeit, was kommt da an Feedback zurück. Und ja, es ist nun mal so von 2020 September bis jetzt. Es ist viel passiert. Es war wahnsinnig viel los. Wir waren unwahrscheinlich viel unterwegs. Sie wissen, sie war auch Polen, Ukraine etc. Und ihr Lieben, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo man einfach mal zugeben muss und auch selber spürt, hey, die Batterien sind einfach leer. Man hat viel gegeben und jetzt wird es einfach auch mal an der Zeit zu sagen, ich muss mich wieder irgendwie mal aufladen, mal so ein bisschen auftanken. Denn, wie wir das die ganze Zeit schon sehen, es geht ja wahnsinnig weiter. September, Oktober, November, um Gottes Willen, was kommt da alles auf uns zu? Da ist voller Einsatz von Feedback Media gefordert. Und deswegen haben wir jetzt uns entschlossen, einfach den August mal zu nutzen, um uns zu sammeln, zu regenerieren, aufzutanken, um für euch wieder dann mit voller Power im September da zu sein. Und gehen deswegen jetzt im August mal in die Sommerpause und gucken mal oder versuchen, ich weiß noch nicht, ob wir es schaffen, aber wir versuchen mal so ein bisschen runter zu kommen, abzuschalten, Abstand zu nehmen und eben dann wieder die Kraft zu holen, um für euch im Herbst wieder voll da zu sein. Also deswegen vier Wochen, den August über, machen wir jetzt Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und bleibt uns trotzdem weiter treu, denn wir gehen nicht ganz weg, natürlich nicht. Um Gottes Willen, könnte man gar nicht verantworten, sondern wir nehmen uns jetzt die Auszeit, um uns zu sortieren und natürlich auch zu gucken, wie soll das Format noch wachsen, wie soll es noch anders werden bei Feedback Media. Denn unsere Aufgabe ist es natürlich, euch immer mit den besten Informationen zu versorgen und vor allem auch immer mit den Fakten. Und wenn man das heute mal nur so als Beispiel nimmt, diesen Film, da geht es jetzt mit Corona, dann geht es Ukraine, Russland, dann hat mehr Energie und was für Themen da alles noch dazu kommen. Und es ist nun mal eine Vielzahl von Themen und man will ja nichts weglassen, weil ja es ist wirklich alles wichtig. Also guckt mal, wie kann man das Format Feedback Media noch ausbauen, umbauen, dass es noch kompakter wird für euch, kompakter die Informationen zusammenbringt und aber auch nichts weglässt, was wichtig ist. Und vielleicht habt ihr da auch Anregungen zu sagen, wie seht ihr denn Feedback Media in Zukunft? Wie wäre oder wie würde denn euch das Format noch besser gefallen? Was würdet ihr euch noch wünschen oder könntet ihr euch noch vorstellen? Also auch das schickt uns als Kommentar oder im Telegram-Kanal oder auch als E-Mail. Feedback Media, gmx.de. Wir sind für jede Anregung dankbar, auch für Brainstorming natürlich und werden uns da jetzt über diese kurze Sommerpause natürlich auch Gedanken machen. Da wächst viel im Hintergrund. Es ist zum Beispiel auch angedacht, dass ich mich bei der Bundespressekonferenz bewerbe und vielleicht da dann in Zukunft reinzukommen. Das ist sehr schwierig. Es gibt da viele Anträge. Wir sind da schon eigentlich mittendrin, um das irgendwie zu ermöglichen. Ich möchte auch mehr auf Live-Pressekonferenzen gehen bei Habeck, bei Lauterbach, Söder und Co., wie sie alle heißen. Ich möchte da einfach mal andere Fragen stellen, wie da gestellt werden. Aber all das ist das, wo man sagt, okay, wie macht man das dann? Wie kriegt man das zeitlich unter? Wie finanziert man das Ganze so, dass es eben auch langfristig funktioniert? Und das ist Hand und Fuß hat. Also all das reift schon im Hintergrund. Ihr seht, wir werden auf gar keinen Fall nichts tun. Wir werden ein bisschen weniger tun. Aber dennoch dann uns noch Gedanken darüber machen, wie das dann im Herbst einfach weitergeht. Wie man da das Ganze noch ausumbauen. Es wird spannend. Es ist spannend. Es ist ein Prozess. Denn hey, September 2020, wenn ich überlege, wie wir angefangen haben, was in dieser Zeit alles passiert ist. Wow. Allein die ganzen Demos, diese Berlin, Leipzig, überall, wo wir waren, Dresden, Nürnberg, Stuttgart. Ich kann es gar nicht überall aufziehen, in ganz Deutschland unterwegs gewesen. Und so verrückt es klingt, aber ich möchte die Zeit nicht missen. Denn es sind so tolle Menschen, uns über den Weg gelaufen, ihr da draußen. Das hat uns immer wieder motiviert zu sagen, ja, wir müssen das weitermachen. Wir wollen das weitermachen. Das ist unsere Überzeugung. Ihr gebt uns da immer auch das Feedback. Es ist, ja, Wahnsinn. Also, ihr merkt, es ist heute schon ein komischer Tag, wenn man sagt, so mal vier Wochen keinen Film zu machen. Aber es ist, glaube ich, es ist einfach auch mal wichtig, das zu tun und sich einfach auch mal so die Zeit für sich zu nehmen. Denn es zehrt einfach unwahrscheinlich an den Nerven, an der Kraft. Und es bringt nichts, wenn man es dann irgendwie halblebig macht, nur dass man was macht. Sondern wenn, bin ich mit vollem Einsatz dabei. Und anders würde ich es auch gar nicht tun. Und jetzt noch mein Gedanke zum Schluss. Ja, ihr Lieben, was ist alles passiert? So viel seit 2020. So viel hat sich verändert. Und wenn ich so eure Nachrichten und so weiter durchlese und eure Kommentare und E-Mails, dann hat man schon manchmal wirklich das Gefühl, boah, wo steuert das Ganze noch hin? Und versucht natürlich dann auch immer zu sagen, was kann ich für euch tun, damit es euch mit der Situation besser geht, dass wir da zusammen durchkommen. Und ich meine es wirklich, dass wir zusammen durchkommen. Denn als Journalist hast du die Aufgabe, die Menschen auch immer perfekt aufzuklären mit Fakten, dass keine Irre geführt wird, dass keiner hinters Licht geführt wird, sondern dass die Menschen aufgrund von den Fakten, von der Wahrheit, sich ihr Bild machen können und dann ihre Entscheidung treffen. Und da fällt uns so oft auf, wie das die anderen Medien eben nicht tun. Wenn man sich überlegt, was sie alles während Corona nicht berichtet haben oder das, was sie berichtet haben, wie sie es berichtet haben und wie sie sich jetzt langsam wieder drehen und wie viel Shitstorm und Gegenwind die anderen bekommen haben, die immer versucht haben, in der Mitte zu bleiben und die Wahrheit rauszukriegen und zu sagen, hey, schaut doch mal hin, schaut es doch auch mal von der anderen Seite an. Das ist doch alles gar nicht so. Das ist verrückt. Und die vierte Gewalt in Deutschland ist nun mal der Journalismus. Und ich sehe das, dass es einfach völlig abhandengekommen ist, wie sie mit Medien umgehen, was sie zensieren, wen sie fördern und wen sie einfach versuchen, aus dem Weg zu räumen, in welcher Form das auch immer ist. Und deswegen ist da einfach mein Gedanke, wir bleiben dran mit allem, was wir haben. Wir fahren voll auf und das machen wir mit voller Überzeugung. Nicht für Abonnenten, nicht für Klickzahlen, nicht für Aufrufzahlen, sondern einfach, um das zu füllen, was eigentlich von einem Journalisten erwartet wird, nämlich die Menschen aufzuklären, zu informieren, damit sie eigenes Bild machen können. Ja, in diesem Sinne noch einmal, tief Luft holen und denkt daran, bleibt in der Mitte. Wir sind viele, wir werden immer mehr und ab September sind wir mit voller Power wieder für euch da. Vergesst uns bis dahin nicht. Ich werde mal beobachten, wie viele es mir nicht verzeihen, dass wir jetzt mal vier Wochen Sendepause machen und uns regenerieren. Schauen wir mal. Und noch ganz wichtig, geht bitte in den Telegram-Kanal, wer noch nicht bei uns ist, denn ich habe noch viele Anfragen an Habeck, an Scholz, an den Herrn Lauterbach draußen, an den Herrn Lindner und natürlich werden wir auch in der Pause, die wir machen, euch trotzdem informieren, wenn da Neuigkeiten reinkommen, wenn die uns auf irgendwas antworten. Denn ich kann nicht sagen, das machen wir dann im September, dann ist das Thema vielleicht schon lange vergessen. Also Telegram-Kanal, da erfahrt ihr immer, wenn es ein Update gibt. Da erfahrt ihr dann auch wieder, wann wir im September da sind. Deswegen geht in den Telegram-Kanal und informiert euch da. In diesem Sinne sage ich jetzt, genießt auch eure Zeit. Ihr wisst, der Sommer wird, der Sommer ist heiß, der wird nicht heiß, der ist heiß. Aber trotzdem, einfach mal ein bisschen abschalten, genießen. Und das braucht man auch, um in der Mitte zu bleiben. Und deswegen tut das, trefft euch mit Menschen, die euch gut tun, meidet alle, die euch nicht gut tun und macht vielleicht Radio, Fernseher auch mal aus. Das werde ich auch versuchen, mal so ein paar Tage einfach nichts davon zu hören. Und dann sehen wir uns neuer Kraft, neuer Power wieder im September. Ich sage danke fürs Zuschauen und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Euer Dirk von Free2Media. Euer Dirk von Free2Media.